Nuvena zum heiligen Antonio, zum heiligen Paulus, neunter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Braut. Herr, unser Gott, Du hast den heiligen Apostel Paulus auf wunderbare Weise berufen und dazu auserwählt, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Lass den Glauben, den er Königin und Völkern gepredigt hat, in der ganzen Welt Aufnahme finden, damit Deine Kirche überall gedeihe und wachse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. 2. Korintherbrief 4, 7 bis 10 Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. 3. Gedanke Paulus erkennt die menschliche Gebrechlichkeit ganz klar. Doch ist dies für ihn kein Grund zur Entmutigung, sondern vielmehr jubelt er über diese Schwächen, die die Kraft Gottes, die in ihm birgt, um so deutlicher aufscheinen lassen. Die Leiden, die Paulus erduldet, unsere täglichen Leiden mit dem heilbringenden Leiden Christi vereinen. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Apostel Paulus, Verkünder Gottes Wahrheit und Lehrer der Völker, bitte du für uns, bei Gott. Glorreicher Heiliger Paulus, aus einem Verfolger der Kirche bist du zu einem Apostel voll glühendem Eifer geworden. Um den Erlöser Jesus Christus bis an die Änderung der Erde bekannt zu machen, hast du Gefängnis, Geiselung, Steinigung, Schiffloch und sonstige Verfolgung erlitten. Und schließlich hast du bis zum letzten Tropfen dein Blut vergossen. Bewirke in uns, dass wir die Leiden, Bedrängnisse und Nöte dieses Lebens als Erweise der Barmherzigkeit Gottes annehmen, damit die Schwierigkeiten unserer Pilgerschaft uns im Dienste Gottes nicht ermüden lassen, sondern unsere Treue und unseren Eifer mehren. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel. Erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, heiliger Geist. Erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heilige Gottesgebärerin. Bitte für uns. Heilige Jungfrau aller Jungfrauen. Bitte für uns. Heilige Maria, du Helferin der Christen. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael. Bitte für uns. Alle heiligen Engel. Bitte für uns. Alle heiligen Chöre der seligen Geiste. Bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer. Bitte für uns. Heiliger Josef. Bitte für uns. Alle heiligen Patriarchen und Propheten. Bitte für uns. Heiliger Petrus. Bitte für uns. Heiliger Paulus. Bitte für uns. Alle heiligen Apostel und Evangelisten. Bitte für uns. Heiliger Georg. Du überwinde aller Zweifel wieder den Glauben. Bitte für uns. Heiliger Plasius. Du Helfer in Halsleiden. Bitte für uns. Heiliger Erasmus. Du Tröster in körperlichen Schmerzen. Bitte für uns. Heiliger Vitus. Du Patron der Jugend. Bitte für uns. Heiliger Pantaleon. Du Patron der Kranken. Bitte für uns. Heiliger Christophorus. Du Retter in Gefahren zu Wasser und zu Land. Bitte für uns. Heiliger Dionysus. Du Erleuchter in Gewissensunruhen. Bitte für uns. Heiliger Cyriacus. Du Helfer in Anfechtung des bösen Feindes. Bitte für uns. Heiliger Aratius. Du Beistand in Todesängsten. Bitte für uns. Heiliger Eustachius. Du Ratgeber in den verwickelsten Tranksalen des Lebens. Bitte für uns. Alle heiligen Märtyrer. Bitte für uns. Heiliger Githus. Du Patron der Beiständen. Bitte für uns. Alle heiligen Mönche und Einsiedler. Bitte für uns. Heilige Margareta. Du Helferin der Mütter. Bitte für uns. Heilige Katharina. Du Patronin der büßenden Sünder. Bitte für uns. Heilige Barbara. Du Patronin der Sterbenden. Bitte für uns. Alle heiligen Jungfrauen und Witwen. Bitte für uns. Alle heiligen Gottes. Bittet für uns. Sei uns gnädig. Verschone uns, oh Herr. Sei uns gnädig. Erhöre uns, oh Herr. Von allen Übeln. Erlöse uns, oh Herr. Von aller Sünde. Erlöse uns, oh Herr. Von deinem Zorne. Erlöse uns, oh Herr. Von Zorn, Hass und allem bösen Willen. Erlöse uns, oh Herr. Von heimlicher Nachstellung des bösen Feindes. Erlöse uns, oh Herr. Vom Pest, Hunger und Krieg. Erlöse uns, oh Herr. Vom Blitz und Ungewitter. Erlöse uns, oh Herr. Von dem ewigen Tode. Erlöse uns, oh Herr. In all unsere Nöten und schweren Anliegen. Erlöse uns, oh Herr. Durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung. Erlöse uns, oh Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse uns, oh Herr. Durch die Verdienste und Fürsprache deiner heiligsten Mutter und mächtigsten Nothelferin. Erlöse uns, oh Herr. Durch die Verdienste und Fürsprache der 14 heiligen Nothelfer. Erlöse uns, oh Herr. Durch die Verdienste und Fürsprache aller Heiligen. Erlöse uns, oh Herr. Am Tage des Gerichtes. Erlöse uns, oh Herr. Wir armen Sünder, wir bitten dich. Erhöre uns. Dass du uns verschonest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns verzeihst. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns zur wahren Buße und Erkenntnis der Sünden führen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du deine heilige katholische Kirche regieren und erhalten wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du unserem Volke Frieden und Einigkeit verleihen wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du den Verstorbenen die ewige Ruhe schenken wollest. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. O du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt. Verschone uns, oh Herr. O du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt. Erhöre uns, oh Herr. O du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt. Erbarme dich unser, oh Herr. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Bittet für uns, ihr heiligen 14 Nothelfer, dass wir würdig werden der Verheißung von Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, der du die 14 Nothelfer wegen ihrer vorzüglichen Tugenden mit ewiger Herrlichkeit gekrönt und sie dadurch ausgezeichnet hast. Dass wir schwache Menschen sie in unseren Nöten anrufen sollen, wir bitten dich durch die Verdienste dieser Heiligen. Gib uns die Gnade, dass wir ihnen in der Tugend nachfolgen und für das Heil unserer unsterblichen Seele sorgen. Schenke uns Nachlassung all unsere Sünden und deinem Beistand zum Guten. Damit wir bis zum Ende in deiner Liebe verbleiben und nach diesem vergänglichen Leben in der Krone der ewigen Glückseligkeit verlohnt werden mögen. Erhöre gnädig unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, du Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heils, wir flehen deine Güte an. Dass du die Brüder und Schwestern der 14 heiligen Bruderschaft, welche aus dieser Welt abgeschritten sind, auf die Fürbitte der allzeitreinen Jungfrau Maria und alle deiner Heiligen zur Teilnahme an der ewigen Seligkeit gelangen lässt. Gott, du Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe den Seelen deiner Diener und Dienerinnen Nachlassung aller Sünden. Damit sie die Verzeihung, die sie allzeit gewünscht durch fromme Fürbitte erlangen. Der du lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Apostel Paulus, bitte den barmherzigen Gott, er wolle unseren Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns Sünder. Bitte den Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen. Damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, um die Liebe Christi zu erkennen. Die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Gedanke in deinen Gebeten unserer, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung der Wahrheit gibt, in der Erkenntnis seiner Selbst und erleuchtete Augen unseres Verständnisses. Damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, wie wir glauben, der Mäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Ihm sei die Ehre in der Kirche, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter, in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. O du großer Diner Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns Sünder. Bitte den Gott des Friedens ermöge uns durch und durch heiligen und unser ganzes Wesen, den Geist, die Seele und den Leib untadlich bewahren. Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Bete alle Zeit für uns, dass unser Gott uns der Berufung würdig macht und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird und wir in ihm. Gemäß der Gnade unseres Herrn Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen. Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin. Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin. Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich Sünderin Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich Sünderin Heiliger Apostel Paulus, bitte den barmherzigen Gott Er wolle meine Seele, die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich Sünderin Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich Sünderin Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich Sünder. Er wolle meine Seele die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken. Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin. Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünderin. Bitte für mich Sünderin. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.